Ist das ein Scheißwetter. Timmy hat es echt nicht einfach. Schleicht hier durch den Wald. Aber er hat zwei Begleiter, nämlich mich, Daniel und Christian. Und mich, Christian. Hallo. Hallo, Christian. Man sollte es nicht immer zuerst nennen, aber bei so einem Sauwetter, da kommt man auch mal leicht durcheinander. Und wir sind ja froh, dass wir Gesellschaft haben. Nicht so wie der arme Timmy hier. Guckt ihn euch an. Ganz mit Dröppel. Aber er ist schon ein mutiger Junge auch, oder? Also er traut sich überall ran. Und er gibt jetzt auch mal richtig Gas, damit wir mal vorankommen. Ich wäre bestimmt liegen geblieben. Da kommt schon das Brackwasser runter. Ah ja, das war es dann auch schon mit Timmy. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Let's Play Limbo. Wir sehen uns dann. Nee. Wir versuchen es natürlich nochmal. Limbo im Hardcore-Modus wäre bestimmt auch schwierig, oder? Wenn man nicht einmal sterben darf. Das wäre mal ein Versuch wert. Jeder darf mal ran. Ich setze 10 Dollar auf Martin. Wieso? So halt. Weil er da vielleicht gerade noch so davonkommt. So was ist hier. Oh, hier dampft es ganz schön. Hatten wir eigentlich überlegt, ob wir das mit der Diablo-Beta oder mit der Diablo-Version mal machen. Ja, kann man natürlich mal drüber nachdenken. Diablo im Hardcore-Modus. Jeder gegen jeden. Okay, hier ist ein Hebel. Sieht aus wie so eine alte Krücke, oder? Der Hebel. Oh, oh, oh. So. Hier gibt es eine Leiter und eine Kiste. Das muss irgendein Bewandtnis haben. Das ist das Schöne an den Rätseln bei Limbo. Das ist alles sehr klug gemacht. Alles... Oh, da muss ich wohl aufpassen. Das heißt... Oh, 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 oh. Aha. Ach, schau mal. Da drüben ist eine Leiter. Siehst du das? Ja. Das ist zumindest die Richtung, in die wir... Ich habe auch schon eine Ahnung, wie es geht. Oh, ich muss die Kiste mitnehmen. Denn ich habe da gerade noch was entdeckt. Es ist nämlich hier oben noch ein Griff an diesem Ding. Ein Schiebeding? Ja. Den muss ich nämlich aufmachen und dann kann ich die Kiste da durch. Ah, dann kannst du hoch zur Leiter floaten. Das müssen wir jetzt aber ganz schön beeilen. Jetzt erst mal schnell zur Leiteruhr. Und dann schnell die Schiebetür auf. Und dann schnell auf die Schiebetür drauf. Und auf die Kiste drauf. Hoffentlich trägt mich die. Ja, sieht gut aus. Das ist ganz komisch. Das Spiel weckt an den verschiedensten Stellen Erinnerungen an Filme aus den blödesten Gründen. Erst die Til Schweiger-Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Und jetzt unten diese Krücke. Da muss ich komischerweise so... Nee, stell sie richtig. Genau, das ist geschwommen. Da muss ich sofort an den Film das Meer am Morgen denken. Er lief jetzt irgendwie letztens mehrmals auf Taisert oder auf Arte. Schade. Oh je, zu voreilig. Und ich habe immer nur die letzten zehn Minuten gesehen. Irgendwann morgens um dreieinhalb, vier irgendwie. Okay. Der sagt mir gar nichts. Das ist ganz schlimm und tragisch. Und geht es darum, dass, ich glaube in Frankreich spielen, ich bin mir nicht ganz sicher... Bestimmt solche Filme spielen immer in Frankreich oder in Spanien. Zur Nazi-Zeit und da wird irgendein deutscher Offizier ermordet und daraufhin veranlasst Hitler, oder die Verantwortlichen veranlassen, dass 130 Franzosen, die vermeintlich auch Widerstandsbewegungen oder irgendwie sowas waren, oder 130 politische Gefangene oder so, erschossen werden. Und wie gesagt, ich habe immer nur die letzten zehn Minuten gesehen, die dann, ich weiß nicht, ob der Film vorher mehr andere Sachen hat, aber die letzten zehn Minuten sind dann nur noch, wie die Gruppen dann immer wieder zum Erschießungskommando geführt werden. Und alle nacheinander dann immer erschossen werden. Es ist dann auch ganz wenig Stimmen und so drin. Da ist ein Mann dabei in der letzten Gruppe. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, hängen geblieben. Scheiße. Da ist ein Mann in der letzten Gruppe dabei. Der hat nur noch ein Bein, ein Beinstumpf und so eine unechte Prothese für das eine Bein. Und er läuft dann durch den Sand, also wir schießen die auf so einem Sandplatz, angebunden dann an Pfähle. Und er läuft auf seine Stelle zu, wo er dann gleich sterben muss und nimmt dann kurz davor, bleibt da kurz stehen, beugt sich runter, macht seine Prothese dann ab und hat vorher, glaube ich, noch so eine Krücke in der Hand. Und so eine klassische Krücke, wie man sie eben damals noch so hatte. Ja, das kann aber auch ehrlich gesagt sein, dass ich mich jetzt total irre und er hat dann gar keine Krücke mehr. Aber ich glaube, er hat eine Krücke. Sonst wäre auch die Gefahr zu groß gewesen, dass er dann doch auf den letzten Meter noch umfällt und dann hätte man die Szene gar nicht so machen können. Das ist eine ganz schön heftige Geschichte. Das ist auch ganz tragisch aufgenommen, also ganz still, wie gesagt, und ganz nüchtern. Oh, und schnell hoch. Oh, geschafft. Ich fürchte nicht, oder? Doch. Ich glaube schon. Trink Timmy jetzt? Nee, oder Timmy kann sich gerade noch retten. So, und das ist jetzt hier. Da kommt eine Kugel hoch. Das ist dumm. Aha. Naja, ich glaube, mit der Kugel, der musste irgendwie da, genau, irgendwas musst du mit der machen. Der musste irgendwie hin. Ah, ich weiß schon. Aha. Ich muss die Kugel unter dieses Gerüst da oben rechts schieben. Und das schwebt dann hoch, wenn das Wasser steigt? Ja, nur... Ah, ich weiß schon. Ja, ja. Das ist alles... Das ist alles gar nicht so einfach. So, die reißt jetzt gleich ab. Genau, und jetzt schnell zumachen. Dann die Kugel hier rüber. Dann muss ich mich in Sicherheit bringen, nämlich... Das ist immer sehr eine Timing-Sache, oder? Ja. Und jetzt drückt nämlich die Kugel dieses Gerüst hoch. Und ich glaube, ich muss mich auf das Gerüst stellen. Dann werde ich mit der Kugel nach oben getrieben. Aber ein schön gemachtes Ding. Also schön gemachte Rätsel. Ganz, ganz tolle Rätsel. Ich bin eh ein großer Fan von klugen Rätseln in Spielen. Und da gibt es ein paar... Das Limbo ist ja das Paradebeispiel. So reduziertes Grafikdesign und auch die Steuerung. Zwei Tasten und links und rechts laufen. Mehr ist es hier nicht. Aber so eine Atmosphäre und so geniale Rätsel. Andere Spiele mit tollen Rätseln. Natürlich die Portal-Reihe. Das beliebte Braid. Wo man mal gucken muss, wie der Nachfolger wird. Witness. The Witness von Jonathan Blow. Das ist das mit der Insel, oder? Ja, worüber ein bisschen viel geredet wird, ohne dass man... So, schauen wir mal, was hier passiert. Wo gibt es denn noch tolle Rätsel? Ich weiß nicht, aber in vielen Adventures gibt es sie nicht. Finde ich zumindest. Das ist ja auch eins meiner großen Probleme mit Adventures. Dass diese Rätsel oft sehr... So unglaublich konstruiert wirken. Und so unglaubwürdig. Und nicht... Für mein Schließungsvermögen, auch wenn ich dann die Lösung sehe, denke ich sehr selten, das ist doch ganz logisch. Sondern, ja, ist logisch, wenn man es jetzt gesehen hat, das Ergebnis. Und weiß, wie es gedacht sein soll. Aber beim Machen auf dem Weg dahin, fand ich es nicht sehr logisch. Was tun? Also dieser Klotz hier, der verdrängt das Wasser. Die Kiste rechts brauche ich, um dann nach rechts oben zu kommen. Hier, da komme ich so nicht hin. Das heißt, eigentlich müsste der Klotz noch tiefer ins Wasser. Wie mache ich denn das? Nee, der Klotz da drüben müsste eigentlich ins Wasser, oder? Müsste der hier auch? Dass das Wasser höher kommt auf der anderen Seite? Nee, die sind ja nicht verbunden. Keine kommunizierenden Röhren, wie der Physiker sagen würde. Oder doch? Ich dachte, dass das vielleicht dahinter liegt, weil sie gehen ja auch zusammen. Doch, nee, es geht tatsächlich. Warte mal, eins geht schneller. Was ist das andere? So, aber. Machen wir nochmal zu. Es nützt mir nichts, wenn ich hier nochmal rübergehe. Vielleicht, wenn ich nochmal nach unten gehe. Aber was soll denn da noch sein? Da ist nur nochmal der Hebel. Ach, jetzt vielleicht. Ach, jetzt haben wir das zugemacht. Jetzt haben wir hier zugemacht. Und jetzt. Ach, mehr hat dieser Hebel nicht gemacht. Dass es bloß hochgegangen ist und das Wasser dann sich darüber verteilt hat. Genau, und wenn ich jetzt müsste, jetzt verdrängt der Klotz nämlich. Ach so, nee. Da muss, wenn dann. Lass ihn mal nochmal rein. Da muss, wenn dann noch mehr Wasser rüber. Nee, ich glaube, der muss erstmal nach oben. Nee, 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 nee. Genau, und damit sich das Wasser jetzt gleichmäßiger verteilt. War der Klotz beim Anfang oben? Oder war er unten? Der war oben. Stimmt, wir brauchen jetzt. Genau, jetzt müssen wir nochmal ein neues Wasser reinlassen. Wasserausgleich sorgen, genau. Jetzt nochmal zumachen. Genau. Ich frage mich immer, wer sich so Rätsel ausdenkt. Also Spieldesign hat sicher alles seine Macken und Tücken. Aber diese Leute, die sich Rätsel ausdenken, das ist schon eine ganz eigene Kunst, glaube ich. So, das sieht doch jetzt aus, als müsste es gehen. Ha! Ach, super. Sauber. Sauber. Oh, das sind wieder diese komischen Hirnmaden. Schnell kaputt gemacht. Und da ist auch schon wieder eins von den Dingern. Ja. Also gleich wären wir, warte mal. Natürlich wieder eins ab, oder? Bäh. Oh je. So, da kann ich jetzt gerade nichts machen. Ich werde wieder zusehen müssen, dass ich irgendwo ins Licht komme. Oh. Und nicht ersaufe. Hm. Und hier oben ist Licht, komme ich da hoch? Ach nee, ich muss die Kiste. Dann kann ich nämlich über die zum Licht springen. So, jetzt bitte hier. Lass ihn mal ruhig die Kiste ins Wasser schieben. Da ist so ein Vorsprung, da komme ich. Ach so, da geht es gar nicht. Ah, jetzt dreht er aber seine Laufrichtung um. Ja. Und dann können wir die Treppe da hoch, oder? Jetzt komme ich zumindest an die Leiter ran. Aber die hört auch irgendwann auf. Kann ich jetzt nur noch unten. Aber wie weit? Oh. Aha. Muss ich zu der anderen Leiter rüberspringen vielleicht? Wahrscheinlich. Nehmen wir nochmal. Ah. Du darfst übrigens nicht an die Kiste rangehen, wenn das Ding gerade in deine Richtung geschoben ist. Ja, ja, hast du recht. Das funktioniert dann nicht. Ein Counter wäre nicht schlecht, wo man sieht, wie oft Timmy schon gestorben ist. Obwohl das ja natürlich eigentlich das Schlimmste für das Spiel wäre, wenn es irgendwo eine Bildschirmanzeige gäbe. Ja, das stimmt. Aber so optional einblendbar per Triggerdruck oder so. Ja, vielleicht beim ersten Mal durchspielen dann so danach. Wir hatten es ja vorhin schon mal erwähnt, auch ein Spiel, wo man so ganz viel stirbt, stirbt? Das Demon's Soul bzw. Dragon's Soul, was ja demnächst dann auch für den PC kommen soll. Das wäre auch was, wo ich mal Lust hätte, dass mal eine Runde zu Let's Playen war. Aber ich glaube, das ist ganz furchtbar zu Let's Playen und ganz, ganz schwer und frustrierend. Und da kann man sich schön aufregen und schön schreien. Ich wünsche dir jetzt schon sehr viel Spaß damit. Ich glaube, das kann man auch nicht vernünftig Let's Playen. Das kann man nur so, ja, so mal so. Vielleicht ist es auch gar nicht so schwer, keine Ahnung. Ich meine, es muss ja auch irgendeine Faszination haben, dass es dann auch irgendwo Spaß macht. Ich weiß nicht, wie viel Masochist man da sein muss. Na, wahrscheinlich schon ein ganzes Eckchen. Also es reizt mich schon, irgendwann mal das zu spielen. Aber meine Spiele-To-Do-Liste ist derzeit noch äußerst lang. So, ich kann jetzt hier hoch. Dann fällt da lauter Unrat runter. Dem weiche ich wahrscheinlich geschickt ein bisschen aus. Und dann komme ich auf die andere Leite rüber. Und dann... So, raus mit dem Mist. Zack. Da rüberspringen ist natürlich ein bisschen blöd. Jetzt komme ich nämlich rüber. Und da ist jetzt eine Timing-Sache, oder was? Hep. Da ist wieder Licht. Jetzt dreht er gleich wieder um. Boah, jetzt muss ich mich aber wieder ein. Komm. Jetzt kommt das Wasser hoch. Komm. Und das nützt mir das? Ich weiß es nicht genau. Springen wir rüber. Geh wieder runter. Hab ich den schon. Springen rüber. Hoch rüber, wieder ins Licht. Aha. Ein ewiges Hin und Her, diese Stelle. Und jetzt schwimmt die Kiste ja. Ja, aber... Nicht mit mir. Oh, war ich jetzt zu schnell, oder? Nee, oder? Okay. Die Stelle... Oder du warst zu langsam. Ich habe noch einen Versuch. Vielleicht hättest du schneller wieder zum Gerüst gemusst. Nee, ich glaube, das mit der Kiste, das war schon nicht verkehrt. Naja, ich glaube nicht, dass sie so schnell rüberschwimmt. Obwohl, man braucht sie wahrscheinlich genau da. Man muss da bestimmt irgendwie rüberkommen. Und da braucht man irgendwie die Kiste. Man muss dafür sorgen, dass sie irgendwie dahin geschwemmt kommt. Wenn du dich einfach nur ranhängst an die Kiste, ohne hochzuklettern, geht das? Nee. Aber dann musst du das schnell machen, weil er bleibt ja da nicht stehen. Oder ich brauche die Kiste doch nicht und probiere es lieber mit der Leiter nochmal. Und hoffe, dass dann irgendwas passiert. Dann warte mal hier, weil ich wüsste jetzt nicht, wo du... Vielleicht kommt die Kiste jetzt irgendwie hier vorbeigedümpelt. Ach, da ist es. Mal sehen, was da noch passiert. Na, vielen nicht. Nee, ich glaube, das wird nichts. Ah, da kommt was, da kommt. Sehr gut. So, wie lange noch warten? Tja, jetzt dachten wir schon, das Rätsel schaffe ich nicht und der Fritz darf nächstes Mal ran. Aber falsch gedacht. Jetzt kriegt er noch seinen Snack hier. Und an dieser Stelle sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Let's play Lippo. Tschüss.